Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Welt der Kaliber. Heute geht es um das Kaliber 7x57. Um keine Folge mehr zu verpassen, bitte abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Kaliber 7x57 wurde 1892 von Paul Mauser auf Basis der 8x57 Is als Militärpatrone mit rauchschwachem Pulver entwickelt. Sie hatte den Vorteil des geringeren Rückstoßes und für damalige Verhältnisse einer sehr gestreckten Flugbahn und wurde unter anderem vom Militär in Spanien und in verschiedenen Ländern Süd- und Mittelamerikas sowie in Mexiko eingesetzt. Das Kaliber ist ebenfalls bekannt unter den Namen 275 Rigby, 7mm Mauser und 7mm Spanisch. Des Weiteren existiert eine Randversion des Kalibers, die 7x57R. Speziell für die 7x57 wurde das Mauser M98 Intermediate System gefertigt. Natürlich findet das Kaliber auch im längeren M98 Standardsystem Platz. Um 1900 fertigte Mauser ebenfalls für Rigby ein verkürztes Intermediate System für die 275 Rigby. Auch die Remington Rolling Block Rifle, die Lee Rifle, die Winchester Repetierer M450 und M70, die Ruger M77 und Nummer 1 sowie viele andere Waffen wurden für diese Patrone eingerichtet. In Bezug auf die gestreckte Flugbahn bekam das Kaliber im 20. Jahrhundert starke Konkurrenz von den aufkommenden 6,5mm Kalibern, wobei die 7x57 jedoch den Vorteil hatte, schwerere Geschosse verschießen zu können. Der zöllische Geschossdurchmesser beträgt übrigens 0,284 Zoll. Bei der 7x57 handelt es sich um eine sehr ausgeglichene Patrone, welche ideal für die Jagd auf mittelschweres Wild ist. Generell ist bei diesem Kaliber genauestens auf die Wahl des richtigen Geschosses für den jeweiligen Einsatzzweck zu achten. Leichte Geschosse im Bereich von 140 und 150 Grains sind ideal für Rehwild und Gamswild bis hin zu schwächerem Darm- und Muffelwild. Ich persönlich hatte mit der 7x57 R und einem 140 Grains leichtem Teilmantel-Rundkopf-Geschoss von S und B einen 35 Kilogramm schweren Überläufer erlegt, welcher keinen Ausschuss hatte. Das Stück lag zwar im Knall, jedoch bin ich danach auf ein schwereres Geschoss umgestiegen. Des Weiteren ist bei manchen Fabrikpatronen, wie zum Beispiel Brennecke, Patronen mit den leichten bleifreien Brennecke-Tug-Nature, geschossen darauf zu achten, dass die Energie auf 100 Metern unter 2000 Joule liegen und damit in Deutschland nicht auf Hochwild zugelassen sind. Mittelschwere Geschosse mit 160 Grains und schwere Geschosse mit 175 Grains sind für die Jagd auf schwereres Wild wie Schwarzwild oder Rotwild deutlich besser geeignet. Zudem sollten möglichst massestabile Geschosse verwendet werden, wie das Nosler Partition, Barnes TTS-X oder Nosler Akkubond verwendet werden. Als Wiederlader hat man bei diesem Kaliber den großen Vorteil, unabhängig von Fabrikmunition zu sein, und außerdem hat man beim Geschossdurchmesser von 0,284 Zoll eine enorme Auswahl an verfügbaren Geschossarten. Elefantenjagd mit der 7x57 Der Elefantenjäger Walter Maitland Dalrymple Bell, welcher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte, beschrieb in seinem Buch Wanderings of an Elephant Hunter, wie er mit der 275 Rigby, was eine andere Bezeichnung für die 7x57 ist, wie er erfolgreich mit diesem Kaliber Elefanten erlegte. Es muss jedoch dazu gesagt werden, dass Bell ein ausgezeichneter Kenner der Anatomie des Elefanten und natürlich ein hervorragender Schütze war. Er benutzte in der 7x57 für die Elefantenjagd meist 173 Grants, schwere Vollmantelgeschosse von den deutschen Waffen- und Munitionsfabriken. Deren Penetration reichte zumindest bei seitlichen Schüssen bis zum Gehirn und wirkte damit schlagartig. Von seinen rund 1700 erlegten Elefanten erlegte Bell nach eigenen Angaben immerhin 1011 Elefanten mit der 275 Rigby. Dabei schoss er stets aus kurzer Entfernung, teilweise auf der Schulter eines Trackers sitzend, um einen günstigen Schusswinkel zu erhalten. Heutzutage ist das Kaliber für die Jagd auf Dickhäuter zum Glück nicht mehr zugelassen, da viele afrikanische Länder ein Mindestgeschossdurchmesser von 9,5 Millimeter für die Jagd auf Großwild vorschreiben. Nichtsdestotrotz wird die 7x57 gelegentlich noch gerne in Afrika auf mittelschwere Antilopen geführt. In Nordamerika, wo sie als 7 Millimeter Mauser bekannt ist, hat sie eine feste Fangemeinde und mit ihr werden gerne Wildarten wie Weißwedel oder Maultierhirsch erlegt. Das Kaliber ist dort deutlich verbreiteter als die 7x64. Ein näherer Blick auf die 7x57. Nach heutigen Maßstäben hat die 7x57 einen eher bescheidenen Pulverraum. Sie eignet sich auch bestens für kurze Läufe und ist schalldämpferfreundlich. Der maximale Gasdruck liegt bei gerade einmal 3900 Bar. Es stehen heute Laborierungen mit bleifreien und bleihaltigen Deformations- sowie mit Vollmantelgeschossen zur Wahl. Jedoch ist die Auswahl an Fabrikpatronen nicht besonders groß. Auffallend ist, dass in der heutigen Zeit meist nur noch die Randversion der 7x57 genutzt wird. So ist sie eine vielgenutzte Patrone in älteren Drillingen und Bockbüchsflinten. Beim Erwerb von Fabrikneuen Kipplaufbüchsen wird dieses Kaliber heute immer noch gerne und häufig gewählt. Bei der randlosen Version sieht es heutzutage jedoch deutlich anders aus. Diese wird meist nur noch von Liebhabern geführt und nur die wenigsten Neuwaffen sind noch in der 7x57 ohne Rand bestellbar. Bei meiner Recherche für dieses Video habe ich auch mal auf den Gebrauchtwaffenmarkt geschaut. Hier sieht es ebenfalls sehr schlecht aus. Das Angebot an Büchsen in der randlosen Version ist sehr überschaubar und viele der angebotenen Waffen sind meist eher von schlechterem Zustand. Meist handelt es sich um ältere Mauser 98er Repetierer mit deutschem Stecher, Sula-Einhackmontage und uralten Optiken. Das Angebot von Waffen in der Randversion ist jedoch dagegen enorm und die Waffen sind meist in einem deutlich besseren Zustand. Die 7x57 ist nach heutigen Gesichtspunkten keine moderne Patrone mit kurzer, dicker sowie großvolumiger Hülse, moderner 30-Grad-Schulter und enormer Leistung. Sie ist weit entfernt von Winchester Short Magnum-Kalibern oder von den starken Weatherby Magnums. Dennoch hat sich auch heute noch mehr zu bieten als reinen Nostalgie wert. Sie hat aktuell noch ihre Berechtigung und begeisterte Anhänger, die sie als Mittelpatrone mit Waldbritt schonender Wirkung schätzen. Ganz besonders rückstoßempfindliche Schützen mögen sie. Auch eine schnelle Schussfolge ist mit ihr gut zu realisieren. Weite Schüsse, wie sie zum Beispiel bei der Jagd im Gebirge vorkommen, sind mit ihr auch kein Problem. Die Flugbahn der Laborierung muss man natürlich kennen. In den Händen eines erfahrenen, besonnenen Jägers ist die 7x57 noch lange kein alter Hut. Viele Saujäger haben eine schlechte Wirkung bemängelt und sich anschließend stärkere Kaliber beschafft. Vor allem als Sauen noch nachts ohne Nachtsichttechnik bejagt wurden, waren im Vergleich schlechtere Treffer leider häufig die Regel und damit die Augenblickswirkung gering. Es lag also weniger am Kaliber 7PA50 als vielmehr an den schlechten Treffern bei Nacht. Die 7x57 ist nach wie vor eine gute Patrone für die heimische Jagd in Mitteleuropa und auch darüber hinaus. Zwar ist das Angebot an Fabrikpatronen etwas geringer geworden, doch Firmen wie RWS, S&B, GECO, FEDERAL und NORMA haben sie noch in ihrem Programm. Auch Hornady hat sie mit zwei Laborierungen als 275 Rigby. Wieder im Programm, genauso Brennecke mit bleifreien und bleihaltigen Geschossen. Darüber hinaus einige mehr wie etwa Sachs oder Jaguar mit bleifreien Geschossen. Das Angebot an Munition in der Randversion ist deutlich größer als in der randlosen Version. Abschließend kann gesagt werden, dass dieses Kaliber immer noch seine Daseinsberechtigung besitzt und vor allem mit seiner Wildbritschonung und dem angenehmen Schießverhalten punktet. Es wäre sehr schade, wenn dieses alte Kaliber vor allem in der randlosen Version in Vergessenheit geraten würde. Mein Traum wäre auf jeden Fall zukünftig ein schöner 98er Stutzen in 7x57. Das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Welt der Kaliber. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Weidmannsheil!